Es ist 8 Uhr morgens und es ist zwölf Tage noch bis zum Umzug und hier geht es schon los. Hier sind die Kisten, die Küche wird schon eingepackt, hier sind die alten Spielsachen von den ersten Jahren, die wir ja nicht mehr brauchen und die Käfige müssen alle verkauft werden, denn wir dürfen keine Haustiere in dem neuen Haus, die müssen alle weg, auch die Lulu. Und naja, da oben ist Chaos, da ist hier noch so ein zweites Wohnzimmer, aber so sieht es hier im Wohnzimmer aus, wir sind schon recht ernst am Packen. Hier sind noch mehr Käfige, hier sind alle unsere Betttücher und Kissen eingepackt und hier ist der Wacom. Also tschüss. Kissen Kissen Kissen